So, hier ist Rütt von hinten. Ah, gut. Marcel, hinten im Auto gibt es Handschuhe. Vier paar bitte auf die Motorhaube legen. So, hier ist Rütt von hinten. 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 Da, wo die Lederschlaufe drin ist. Aber nicht in den Karabiner rein, sondern in den oben am Rahmen. Ja, genau. Ach, bitte. Einmal hier. Jetzt gehen die drei Folgen miteinander hin. Bitte. Ab den Sack. Einfach nur den Sack wegziehen. Ach, hinten wegziehen. Sicher nimmt sich deine Handschuhe an. Hinter. Du kommst damit hoch, ja sicher. Du kommst damit hoch. Du kommst mit dem Sack wegziehen. In der Mitte. In der Mitte. Du kommst mit dem Sack wegziehen. Du kommst mit dem Sack wegziehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.